hey leute willkommen zu einer weiteren folge pomongo und zwar leute habe ich hier wieder eine feldforschungs durchprogramm start einfach nur nice leute und ihr glaubt nicht was hier auf jeden fall uns erwartet was hier auf jeden fall drin ist hier in der feldforschungsbox auf jeden fall ist ein evoli drin mit blumenkranz und ihr werdet gleich sehen was da als vereins drin sein wird einfach ein shiny evoli mit blumenkranz mit blumen einfach ist einfach richtig nice aus einfach nur lucky ich habe auf jeden fall schon ja auf jeden fall screenshot gemacht auf jeden fall auf jeden fall für das thumbnail damit es auf jeden fall alles passt finde ich richtig nice auf jeden fall ein shiny evoli mit blumenkranz gefällt mir auf jeden fall werde ich auch behalten und nicht erst mal nicht entwickeln außer ich komme irgendwann noch ein zweites so am besten die sanalebeere lohnt sich eigentlich nicht vielleicht ein hyperball oder sowas so na guter wurf leider nur aber naja immerhin leute ein shiny evoli mit blumenkranz mit blumen keine ahnung wie man es auch nennen möchte ist auch völlig egal so da muss auf jeden fall gefangenen hyperball sehr schön shiny evoli wohl gefangen sehr gut okay die bewertung ist glaube ich nicht so gut bei dem ding naja es geht besser ich glaube es war 12 12 12 vor 13 13 13 ich glaube 13 13 13 war das glaube ich 13 13 13 gut auf jeden fall nicht schlecht auf jeden fall kein ganz schlechtes aber auch kein ganz gutes schade auf jeden fall 13 13 13 wahrscheinlich die bewertungen sein das habe ich schon oft genug gesagt naja gefällt mir auf jeden fall einfach ein shiny evoli aus der feldforschung kommen aus dem feldforschungsdurchbruch das gefällt mir auf jeden fall mit blumenkranz finde ich auch immer richtig nice vielleicht bekommen wir jetzt ja auch gleich eine farbe raus war auch ganz cool auf jeden fall wie es eine farbe rausbekommen würden ne schade auf jeden fall leider keine farbe naja auf jeden fall finde ich richtig gut auf jeden fall holen sie auf jeden fall noch die belohnung ab hier für den täglichen stempel so ok ich habe auch zwei andere quest die naja ok dann würde ich sagen da war es mit dieser folge Pokémon GO auf jeden fall hat auf jeden fall richtig ja hat es auf jeden fall richtig gelohnt auf jeden fall hier nochmal ein Video aufzunehmen für euch leute extra jetzt hier wegen dem shiny evoli aus der feldforschung ja logischerweise wusste ich auf jeden fall vorher dass das shiny evoli drin war ähm also ja logischerweise auf jeden fall das Video nicht für euch aufgenommen logischerweise Leute ihr wisst Bescheid würde ich sagen Leute war es mit dieser folge Pokémon GO und dann bis zum nächsten mal tschau der vielleicht habt ihr ja schonils ja 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 Bis zum nächsten Mal.